Kapitel 9.26 Die Hure Babylon liegt im vorderen Orient. Das Tier mit den sieben Häuptern und den zehn Hörnern ist ein Bild auf die Seleukidenkönige, sieben Häupter, in Verbindung mit der Dekapolis, zehn Hörner. Wenn aber der achte König eine endzeitliche Neuauflage des historischen Antiochos des vierten Epiphanes ist, dann kann die Frau in Offenbarung 17 nur dann auf diesem Tier sitzen, wenn sie sich nicht in Rom, sondern ebenfalls im vorderen Orient befindet. Sonst fällt sie von dem Tier herunter. Wer im vorderen Orient soll aber für die Hure Babylon stehen, die die Mutter aller Hurerei ist, die trunken war von dem Blut der Heiligen aus dem Alten Testament und der Zeugen Jesu aus dem Neuen Testament. Die Hure Babylon, die Mutter aller Hurerei ist, Jerusalem. Das ist ein großes Geheimnis. Es ist so erstaunlich, dass selbst Johannes staunte, als er sie sah. So steht in Offenbarung 17, Vers 5 Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und in Offenbarung 17, Vers 6 Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Wir müssen lernen, die Bibel nicht als Europäer zu lesen oder als Amerikaner oder als Asiate. Wir müssen uns von dem lösen, was wir vor Augen haben und uns auf die Perspektive der Bibel und ihrer Aussagen einlassen. Kapitel 9.27 Die Auslegung von Offenbarung 17 Um Offenbarung 17 verstehen zu können, ist also die Kenntnis der folgenden Fakten und Schlussfolgerungen aus dem Bibeltext Voraussetzung. 1. Die Frau, von der hier die Rede ist, die Hure Babylon, ist das endzeitliche Jerusalem. 2. Das Tier, das das von Gott abgefallene Jerusalem trägt, ist das Neo-Seloikiden-Reich, das aus den sieben Königen, die in Daniel 7 erwähnt werden, abstammt. Es wird am Ende der Gemeindezeit wiedererstehen. 3. Der achte König ist der Antichrist, der eine Wiederholung des historischen Antiochus des 4. Epiphanes ist. Er wird in Daniel 11 beschrieben, indem er aus dem historischen Antiochus Epiphanes abgeleitet und für die Endzeit vorhergesagt wird. 4. Es ist absolut naheliegend, dass dieser achte König, wie sein historisches Vorbild, ein Neo-Seloikide sein wird. 5. Sein kommendes Reich wird hier symbolisiert durch die sieben Häupter, nämlich durch die sieben im Bibeltext gelisteten Seleukiden-Könige, die in Daniel 11 aufgezählt werden. 6. Diese sieben Häupter sind sieben Berge, nämlich sieben politische Reiche, die nach biblischer Zählung sieben Seleukiden-Dynastien. 7. Und es sind natürlich auch sieben Könige, nämlich sieben Seleukiden-Könige. Der achte von ihnen ist von den sieben. Das bedeutet, dass die endzeitliche Neuauflage des historischen Antiochus ebenfalls aus der historischen Seleukiden-Dynastie entstammt, einer Dynastie, die in der Endzeit erneut und unerwartet auf der Weltenbühne auftritt. 8. Damit ist die vorliegende Auslegung stimmig und das deshalb, weil Rom außer Acht gelassen wurde und der Fokus auf die Diadochen und ihre Nachfolger gelegt wird, wie dies der biblische Text in Daniel zwingend vorgibt. Dieses Tier, nämlich das Seleukiden-Reich, das war und nicht ist und sein wird, wird am Ende der Gemeindezeit erneut aufkommen, so wie in Offenbarung 17, Vers 8 beschrieben. Damit haben wir jetzt eine sehr genaue Erklärung dessen in Händen, was Johannes schreibt. Jetzt wird endlich auch deutlich, warum das Verständnis der Texte der Offenbarung durch die Art, wie das Standbild im Propheten Daniel ausgelegt wird, aufs Nachhaltigste beeinflusst wird. Versuchen wir jetzt, ob wir den Bibeltext in Offenbarung 17 mit dem, was wir bisher gefunden haben, besser verstehen können. In Offenbarung 17 steht, Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, das ist das abgefallene Jerusalem, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das ist das endzeitliche Seleukidenreich, das war voller lästerlicher Namen, und hatte sieben Häupter, das sind die Seleukidenkönige aus Daniel 11, und zehn Hörner, das ist die Neodecapolis. Und die Frau, das ist Jerusalem, war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, das ist das Jerusalem, das in Offenbarung 11 als Sodom und Ägypten bezeichnet wird, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Das ist Jerusalem während der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, weil in Jerusalem die beiden Zeugen, nämlich das wiedergeborene Haus David und die Bürger zu Jerusalem, umgebracht wurden. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah, denn Johannes hätte hier Jerusalem nicht erwartet, und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, also die historischen Seleukiden, ist gewesen, und zwar von 312 bis 186 vor Christus, und ist jetzt nicht, also im ersten Jahrhundert nach Christus, als Johannes die Offenbarung schrieb, und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund. Das ist in der Endzeit. Und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist, und jetzt nicht ist, und wieder sein wird. Hier ist Sinn zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, also sieben Königreiche, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Das sind die sieben in Daniel aufgezählten Seleukiden. Fünf sind gefallen, das heißt, die fünf historischen Seleukidenkönige spielen für die Endzeit keine Rolle mehr. Einer ist da, das ist der sechste Seleukidenkönig, und wird in der Endzeit sein, wenn die Johannes-Prophetie wieder zu laufen beginnt. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist, und jetzt nicht ist, das ist der Achte, also die endzeitliche Wiederholung des historischen Antiochus des 4. Epiphanes, der Antichrist. Und ist einer von den sieben, also von den sieben historischen Seleukidenkönigen, und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die Neo-Dekapulis, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige, es sind nämlich keine wirklichen Könige, sondern als Beherrscher der jeweiligen Dekapulis-Städte, ähneln sie in ihrer Funktion Königen, werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier, mit dem Antichristen. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Sie unterordnen sich, wahrscheinlich in der Mitte der 70. Jahrwoche, dem Antichristen. Die werden gegen das Lamm kämpfen. Nämlich gegen den Wiedergeborenen Überrest in Jerusalem. Und das Lamm Christus wird sie überwinden, weil sie den Wiedergeborenen Überrest in Jerusalem töten. Und das Lamm Christus wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, die Christen, sind die Berufenden und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die Neodekapulis, die du gesehen hast, und das Tier, der Antichrist, die werden die Hure, nämlich Jerusalem, hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen, da nämlich, wenn der Antichrist nach Jerusalem einbricht, die dort Wiedergeborenen tötet und die Stadt mit seinem okkulten Geist füllt. Denn Gott hat es ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier, nämlich dem neoseleukitischen Antichrist, zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, das ist Jerusalem, die die Herrschaft hat, und zwar für 42 Monate in der zweiten Hälfte der Jahrwoche, über die Könige auf Erden. Das sind die Könige, die im Reich des endzeitlichen Antiochos integriert sind. Es wird einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, den Bibeltext genau zu beachten und Interpretationen nicht mit Auslegung zu verwechseln, auch wenn das Ergebnis zunächst nicht unseren Vorstellungen entsprechen sollte. Aber es wird auch deutlich, dass eine Auslegung, die sich eng am Bibeltext orientiert, schlüssig und gut nachvollziehbar ist. Kapitel 9.28 4 Schenkel statt 2 Beine Schauen wir uns zum Schluss noch einmal die beiden Beine des Standbildes an. Denn wir werden hier etwas Unerwartetes finden. In Daniel 2, Vers 32 und 33 steht, Hier steht nur ein kleiner Halbsatz, der die beiden Beine beschreibt. Seine Schenkel waren von Eisen. Bei oberflächlichem Lesen fällt hier nichts Ungewöhnliches auf. Aber die Bibel spricht hier nicht von Beinen. Sie spricht von Schenkeln. Wie viele Schenkel hat ein Bein? Zwei, nämlich einen Oberschenkel und einen Unterschenkel. Also haben die beiden Beine des Standbildes insgesamt vier Schenkel. Diese vier Schenkel stehen für die vier Diadochenkönige, Seleukus, Ptolemäus, Kassander und Lysimachus und nicht für Ost- und Westrom. Das mag erneut ungewöhnlich klingen, ist aber nach sprachlichem Befund durchaus möglich. Bleiben wir zunächst im Bild. Es gab zwei mächtige Diadochen, die Seleukiden und die Ptolemäer, das sind die Oberschenkel. Und es gab zwei weniger mächtige Diadochen, Lysimachus und Kassander, die Unterschenkel. Wenden wir uns dem Bibeltext zu, stellen wir fest, dass ausnahmslos alle Lutherbibeln mit die Schenkel aus Eisen übersetzen. Bibelübertragungen oder neuere Bibelübersetzungen übersetzen oft mit die Beine aus Eisen. Die Schlachterbibel 2000 übersetzt sogar seine Oberschenkel aus Eisen. Was aber keinen Sinn macht, denn die Füße eines Standbildes folgen nicht auf die Oberschenkel. Hier fehlen schlicht die Unterschenkel. Der Text wurde durch diese Übersetzung verschlimmbessert. Fast alle englischen Bibelübersetzungen übersetzen leider mit Legs, also Beine. Aber es gibt auch Ausnahmen. Die Catholic Public Domain Version von 2009 übersetzt, Damit wären dann im Unterschied zur Schlachterbibel die Unterschenkel gemeint, statt die Oberschenkel. Offensichtlich unterscheidet die Bibel aber nicht zwischen Unter- und Oberschenkel, sonst kämen diese unterschiedlichen Übersetzungsweisen ja nicht zustande. Die Bibel schreibt lediglich von Schenkeln, wie die Lutherbibeln dies durchgängig übersetzen. Die Easy-to-Read Version, Revised Edition, übersetzt ebenfalls The lower part of the legs were made from iron. Wir sehen also, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem aramäischen Wort gibt, die dann auch unterschiedlich übersetzt werden. Kapitel 9.28.1 Die Übersetzung der Bezeichnung Schenkel Die Bedeutung und die grammatikalische Form des aramäischen Wortes Schack oder Schock ist nicht eindeutig, was die Übersetzung erschwert. Im Aramäischen, und Daniel 2, Vers 33 gehört zum aramäischen Teil des Alten Testaments, kommt das Wort Schack oder Schock nur einmal vor. Es bedeutet ganz schlicht Schenkel. Eine eindeutige Festlegung auf Ober- oder Unterschenkel ist nicht zu erkennen. Es kann beides bedeuten. Kapitel 9.28.2 Die grammatikalische Form In der aramäischen Grammatik gibt es Singular, Plural und Dual. Der Dual steht in der Regel für paarweise Gegenstände, der Plural für mehrere. Im Deutschen gibt es meines Wissens nach keine reine Dualform. Beispiele für den Plural im Deutschen sind Eltern, Leute, Lebensmittel, Ferien, Geschwister, Schreibwaren, etc. Im Englischen gibt es das Wort Trousers für Hose, weil die Hose zwei Hosenbeine hat. Aber auch das ist keine echte Dualform, sondern ein Plural. Im Aramäischen gab es aber neben Singular und Plural auch noch eine reine Dualform. Bei dem in Daniel 2 verwendeten Begriff Schack oder Schock ist es nicht mehr eindeutig festzustellen, ob der Dual oder der Plural benutzt wird. Denn nach sprachwissenschaftlichem Befund sind Dual und Plural auch im Aramäischen mit der Zeit ineinander aufgegangen. Die hier verwendete grammatikalische Form muss also nicht zwingend ein Paar bedeuten, sondern kann auch eine schlichte Mehrzahl, ein Plural sein, sodass die Formulierung seine Schenkel aus Eisen nicht auf zwei Beine oder zwei Schenkel reduziert werden muss. Die Unterstellung, dass es sich hier um vier Schenkel handelt, widerspricht also nicht dem sprachwissenschaftlichen Befund und ist erlaubt. Damit können wir die folgende Tabelle zeichnen. Hier folgt im Buch eine Tabelle, die ich hier im Hörbuch nicht abbilden kann. Es gibt aber noch zwei weitere Gründe, hier den Plural anzunehmen und die beiden eisernen Beine auf vier Schenkel zu deuten. Den ersten Grund haben wir bereits genannt. Er ist rein anatomischer Natur, denn zwei Beine haben vier Schenkel, nämlich zwei Oberschenkel und zwei Unterschenkel. Der zweite Grund ist, dass in der Prophetie Daniels auf Alexander stets die vier Diadochen folgen. So finden wir an anderer Stelle in Daniel einen Ziegenbock mit einem Horn, Alexander den Großen, aus dem vier Hörner, die vier Diadochen hervorkommen, oder einen Panther, Griechenland, mit vier Köpfen, also wieder die vier Diadochen. Das alles sind sehr starke Argumente dafür, dass im Standbild auf den bronzenen Bauch, Alexander den Großen, tatsächlich vier Schenkel folgen, nämlich wiederum die vier Diadochen. Wenn es sich aber tatsächlich um vier Schenkel handelt, ist eine Deutung auf Rom nicht mehr möglich, aber wie wir gesehen haben, auch nicht mehr notwendig. Es geht beim Standbild und seinen vier Schenkeln um die vier Diadochenkönige, die hier in Form von Schenkeln im Text zugegebenerweise sehr zurückhaltend beschrieben werden. Damit müssen wir unsere Tabelle noch einmal überarbeiten. So stimmt Daniel 2 in bisher ungekannter Genauigkeit mit Daniel 7 überein. Diese unmittelbare Synchronität der beiden Visionen ist ein weiterer starker Hinweis dafür, dass die beiden Beine, beziehungsweise die vier Schenkel des Standbildes, nicht auf Rom gedeutet werden können, sondern ein Bild für die vier Diadochen sind. Auf den bronzenen Bauch und die bronzenen Seiten, Alexander den Großen, folgen ganz natürlich vier Schenkel aus Eisen, die vier Diadochen. In Daniel 8 wiederum finden wir die Vision von dem Witter und dem Ziegenbock. Der Ziegenbock wird im Text eindeutig als der König von Griechenland erklärt. Er hat ein großes Horn. Dieses Horn ist Alexander der Große. Das Horn zerbricht, Alexander der Große stirbt und vier ansehnliche Hörner wachsen an seiner Stelle. Die vier Hörner sind die vier Diadochen, die auf Alexander den Großen gefolgt sind. Eine weitere Spalte kann ergänzt werden. Diese zunächst inhaltlich abgeleitete Synchronität zwischen Daniel 2, 7 und 8 ist derart gewichtig, dass eine vertiefte sprachwissenschaftliche Untersuchung der Dual- bzw. der Pluralform des Begriffs Schack oder Schock angezeigt ist, was aber meine Möglichkeiten übersteigt. Daniel zeigt uns also sehr deutlich, dass auf Alexander den Großen eben nicht das römische Reich folgt, sondern vier Diadochenkönige, und zwar in Form von vier Köpfen bei dem Panther, vier Hörnern bei dem Ziegenbock und vier Schenkeln bei dem Standbild. Auch die Aufzählung und Zuordnung der vier Tiere in Daniel 7 ändert und ordnet sich jetzt. Daniel sieht in Kapitel 7 Alexander den Großen und seine vier Diadochen in einem einzigen Tier, nämlich in dem dritten, zusammengefasst. Über das vierte Tier schreibt er, Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als die vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Nun wird auch verständlich, warum dieses vierte Tier ganz anders ist, als die drei Tiere vor ihm. Der Grund, dieses vierte Tier auf das römische Reich zu deuten, war bislang, dass Rom angeblich brutaler gewesen sein soll als seine Vorgänger. Wir haben aber gesehen, dass es sich statt um Rom um das endzeitliche Reich des Antichristen handelt. Dieses Endzeitreich wird über andere und bessere technische und wirtschaftliche Möglichkeiten verfügen, als alle seine antiken Vorgänger. Das ist der Grund, warum es laut Daniel 7, Vers 7 so ganz anders ist, als die anderen Tiere. Auch der Engel, den Daniel um Auskunft bittet, erklärt ihm, dass dieses vierte Tier sich von allen anderen Königreichen vor ihm unterscheidet. In Daniel 7, Vers 23 steht, er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze, damals bekannte, Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Auffällig ist, dass es eiserne Zähne und bronzene Krallen hat, Vers 19, hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so vorstelligend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte. Durch die neue Sicht auf das Standbild wird verständlich, dass Eisen auf die eisernen Schenkel, nämlich die Diadochen, deutet, und Bronze für den König von Griechenland, Alexander den Großen steht. Das Endzeitreich des Antichristen hat seleukidisch-griechische Wurzeln. Das Standbild, von dem Nebukadnezzar träumte, ist also gleichsam wie ein Setzkasten, in den alle folgenden Visionen im Propheten Daniel einzuordnen sind. Dies war mit der Romtheorie bislang nicht durchgängig möglich. Die zehn Hörner, die das Tier hat, deuten auf die Neodecapulis, denn in Daniel 7, Vers 24 steht, Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, so aus dem Reich, aus dem vierten Tier, nämlich aus dem Seleukidenreich, entstehen werden. Dies ist in direkter Übereinstimmung mit dem historischen und archäologischen Befund, denn die Dekapolis-Städte wurden, wie oben argumentiert, sämtlich von den Seleukiden gegründet oder umgeprägt. In einer tabellarischen Synopse der maßgeblichen Kapitel aus Daniel und aus der Offenbarung ergibt sich das folgende, unter Umständen ungewohnte, aber mit dem biblischen Text in bisher nicht gekannter Übereinkunft stehende Bild. Hier folgt wieder eine Grafik. Es wird folgendes deutlich. Die Interpretation der beiden eisernen Beine auf Rom entbehrt jeder Grundlage im Text des Buches Daniel. Nach überwiegender Übersetzung ist es naheliegend, dass das Standbild nicht zwei Beine, sondern eiserne Schenkel hat, und zwar vier. Der sehr oft in Predigten und Vorträgen vollzogene assoziative Sprung des im Standbild unterstellten Römischen Reichs hin zur römisch-katholischen Kirche ist vielleicht assoziativ naheliegend, aber unzulässig, da Daniel ausschließlich politische Weltreiche beschreibt. Daniel führt seine Prophetie mit größter Zielstrebigkeit zu den Seleukiden und hier insbesondere zu Antiochos Epiphanes. Dies und andere Schriftstellen lassen auf eine endzeitliche Neuauflage des historischen Seleukidenreichs und des historischen Antiochos des Vierten Epiphanes schließen. Dieses Endzeitreich wird alle Eigenschaften Babylons, Medopersiens, Alexanders des Großen und der Seleukiden auf sich vereinen. Es steht ebenfalls in enger Verbindung mit einer endzeitlichen Neuauflage der historischen Dekapolis. Dieses Reich und sein Herrscher werden Jerusalem angreifen und schließlich besiegen. Die Zeit dieses Herrschers ist auf 42 Monate begrenzt. Christus selbst wird schließlich dieses Reich und seinen König bekämpfen und besiegen. Die Lehre von den Vier Reichen, sogenannte Vier Reichelehre, ist zu überarbeiten und dem Daniel-Text anzupassen. Kapitel 9.29 Die vergessenen Füße In der Bibel steht, dass der Stein, der ohne Hände vom Felsen herabgerissen wird, das Standbild an seine Füße schlägt. Das bedeutet aber doch nichts anderes, als dass Christus dann wiederkommt, wenn die beiden Füße regieren. Es scheint also wichtig zu sein, wer genau die beiden Füße sind. In Daniel 2, Vers 32 steht, Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Weiter Abvers 44, Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. In der bisher üblichen Art der Auslegung soll das antike Rom, also Ost- und Westrom, durch die zwei eisernen Beine symbolisiert und schon Geschichte sein. Das endzeitlich wiedererstehende römische Reich soll dann in Form der Europäischen Union durch die 10 Zehen des Standbildes symbolisiert sein. Bei dieser Art der Auslegung bleibt aber für die Füße keine politische Struktur mehr übrig, in die man sie einordnen könnte. Also übergeht man sie einfach, was aber zu einer unvollständigen Deutung des Textes führt und dem Bibeltext nicht mehr gerecht wird. Allein hieran wird schon deutlich, dass diese Interpretation durchaus auf tönernen Füßen steht. Zur Auslegung des Propheten Daniel bedarf es also deutlich mehr Textbezogenheit. In der hier vorgestellten Sichtweise befindet sich zwischen den vier Schenkeln einerseits und den beiden Füßen andererseits ein Zeitsprung von den historischen vier Diadochen bis in die Endzeit. Die beiden Füße sind die Neuauflage der historischen Seleukiden und Ptolemäer. Der endzeitliche Herrscher, den wir oben den achten König genannt haben, wird während seiner Herrschaft das erreichen, was dem historischen Antiochus IV. Epiphanes nicht gelang, denn er wird Ägypten besiegen. Die Wiederholung der historischen Struktur der Seleukiden und der Ptolemäer wird durch die beiden Füße symbolisiert. Es ist also nicht so, als ob die beiden Füße in unserem Modell nicht passen würden, wie das in der Rom-Theorie stets der Fall ist, sondern wir benötigen sie dringend, um die endzeitlich-politische Struktur, die wir an anderer Stelle erarbeitet haben, auch im Standbild wiederzufinden. Befassen wir uns daher auch noch kurz mit dem Material, mit dem die Füße und Zehen beschrieben werden, nämlich Eisen und Ton. In der Endzeit finden wir folgende politische Situation vor. Es gibt ein neu entstehendes Seleukidenreich, wahrscheinlich das heutige Syrien, und ein neu entstehendes Ptolemäerreich, wahrscheinlich das heutige Ägypten, und eine neu entstehende Struktur der historischen Dekapolis, nennen wir sie Neodecapolis. Diese Neodecapolis wird im Bund sein mit dem Neo-Seleukidenreich. Das biblische Bild hierfür ist ein Tier mit sieben Hörnern, die Neo-Seleukiden, und zehn Häuptern, die Neodecapolis. Aber auch Israel spielt eine bislang unbekannte Rolle in der Endzeit. Der moderne Staat Israel wird sich in der Endzeit in ein Nord- und ein Südreich teilen. Dieser nördliche Teil Israels wird, analog zum Syro-Ephraimitischen Krieg, mit Syrien einen Bund schließen und gegen Judah und Jerusalem kämpfen. Das, was wir gefunden haben, lässt also für die Deutung des Standbildes den Schluss zu, dass es sich bei den beiden Füßen um die Neo-Seleukiden und die Neoptolemäer handelt. Die zehn Zehen stehen für die Neodecapolis. Es scheint zunächst so, als ob der Bund mit dem Nordreich Israels im Standbild nicht beschrieben sei, aber der Reihe nach. Die Füße und Zehen bestehen einerseits aus Eisen und andererseits aus Ton. Eisen steht für das alexandrinisch-griechische Wesen der Diadochen, die eisernen Schenkel, und in der Endzeit für die Neo-Seleukiden. Andererseits sind die Füße und Zehen aber auch aus Ton. Wer oder was ist aber mit diesem Ton gemeint? Die Neo-Seleukiden und die Neoptolemäer sind Nachkommen der Diadochen und daher eindeutig dem Eisen zuzuordnen. Die Dekapolis steht ebenfalls in der Tradition der Diadochen, denn alle ihre Städte wurden von den Seleukiden gegründet oder umgeprägt. Also bleibt für den Ton niemand anderes übrig als Israel. Das klingt zunächst unglaublich. Aber erinnern wir uns, das Standbild wird von einem Felsen zerstört, der von einem Berg herabgerissen wird. Er schlägt das Standbild an seine Füße und zertrümmert es. Dieser Fels ist Christus. Ton und Fels sind beide Bestandteile der Erde. Da Christus nach dem Fleisch Jude war und aus Israel stammte, er ist der Fels Israels, macht es durchaus Sinn, dass der Ton im Standbild ein Bild für das Volk des Christus ist, nämlich Israel. Das im Standbild gezeichnete Endzeitreich besteht also aus Eisen und Ton, nämlich aus den Neoseleukiden, denn Diadochen nachfahren aus Eisen, aus der Neodecapulis, auch Diadochen nachfahren, also auch Eisen, und aus dem abgefallenen Israel des Nordreichs, und das ist der Ton. Dieser abgefallene Teil Israels ist nicht aus Stein, sondern aus weichem Ton, denn sie koalieren mit dem Mächtigen der Endzeit. Sie begeben sich unerlaubterweise mit den Endzeitseeleukiden in einen Bund und vermischen sich mit diesen. So steht in Daniel 2,43 Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, werden sie sich wohl nach Menschen geblüht untereinander mengen. Aber sie werden doch nicht aneinander halten, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber ihr Fels, Christus, ist steinhart. Er wird den Endzeitkönig und sein Reich zerstören. Daniel 2,44 Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und verstören. Aber es selbst wird ewiglich bleiben, wie du denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände vom Berg herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Kapitel 9.30 Griechenland in der Endzeit Wir haben gesehen, dass das Standbild vom Bauch herab bis zu den Zehen von Alexander dem Großen, dem König von Griechenland, beziehungsweise von dessen politischen Nachfolgern spricht. Sogar für die Endzeit sagt die Bibel einen griechischen Endzeitherrscher voraus, denn der Antichrist ähnelt auf das Ängste seinem historischen Vorgänger Antiochus. Sollte dies tatsächlich so sein, würde Christus bei seiner Wiederkunft auf den Ölberg nicht gegen das Römische Reich, sondern gegen Griechenland kämpfen, so ungewohnt dies auch klingen mag. Hierzu äußert sich Zacharja in einer bisher kaum verständlichen Weise, denn er schreibt, dass in der letzten Zeit, wenn der Herr zum Endgericht vom Himmel erscheinen wird, Zion gegen Griechenland kämpfen wird. In Zacharja 9, Vers 13 und folgende steht, Denn ich habe mir Judah gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder Zion erwecken über deine Kinder Griechenland und will dich machen zu einem Schwert der Riesen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz und der Herrherr wird die Posaune blasen und wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag. Der Herr Zebaoth wird sie schützen, dass sie um sich fressen und unter sich treten die Schleudersteine, dass sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen als der Herde seines Volkes, denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Diese Bibelstelle spricht von der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, wenn Gott über seiner Stadt Jerusalem erscheinen wird. Denn Zacharja sagt, Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz und der Herrherr wird die Posaune blasen und wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag. Er wird seinem Volk den Sieg geben über den Antichristen. Vers 15 und 16 Der Herr Zebaoth wird sie schützen, dass sie um sich fressen und unter sich treten die Schleudersteine. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen als der Herde seines Volkes. Dieser Vers ist nur dann verständlich, wenn man voraussetzt, dass in der Endzeit die Wiederholung eines historisch-griechischen, weil selokidischen Herrschers kommen wird. Auch an Zacharja 9 wird deutlich, dass die Rom-Theorie nicht weiterhilft. Die Sichtweise hingegen, die die Wiedererstehung eines griechisch-selokidischen Endzeitreiches voraussetzt, kann die Bibelstelle nachvollziehbar erklären. Wenn aber dieser Kampf zwischen Zion und Griechenland kommt, dann wird laut Zacharja 9 Gott vom Himmel her eingreifen und sein Volk und die Stadt beschützen. Das ist nichts anderes, als wir bislang auch schon an anderer Stelle festgestellt haben und bestätigt nur die hier vorgestellte Sichtweise. Kapitel 9.31 Ergänzungen zu den Schenkeln Die Beschreibung der Schenkel des Standbildes in Daniel 2 lautet wörtlich Die naheliegendste Übersetzung dieses aramäischen Wortes Schock ist meiner Meinung nach ganz schlicht Schenkel, nicht mehr und nicht weniger. Obwohl andere Oberschenkel oder Unterschenkel übersetzen oder auch Beine, übersetzen sämtliche Luther-Übersetzungen ebenfalls ganz zurückhaltend nur mit Schenkel. Der Text sagt allerdings nicht ausdrücklich, dass es sich um vier Schenkel handelt. Dies kann man lediglich aus der Anatomie des menschlichen Körpers ableiten, wäre aber rein sprachwissenschaftlich zulässig, da die grammatikalische Form sowohl den Dual als auch den Plural zulässt und es entspräche zudem dem tatsächlichen Verlauf der Geschichte, da vier Diadochenreiche auf Alexander folgten. Das alles sind also gute Gründe im Standbild vier Schenkel zu unterstellen. Außerdem ließe diese sich zu, den Traum vom Standbild mit dann vier Schenkeln mit Visionen Daniels an anderer Stelle in Übereinstimmung zu bringen, zum Beispiel mit dem Ziegenbock, der zunächst eines und dann vier Hörner hatte oder dem Panther mit seinen vier Köpfen. Wenn alle in Daniel beschriebenen und umschriebenen Weltreiche geografisch und zeitlich richtig eingeordnet werden und man die Romtheorie ad acta legt, lässt dies, soweit mir bekannt, zum ersten Mal zu, dass alle Träume und Visionen Daniels miteinander korrelieren. Das ist meines Erachtens etwas sehr Besonderes und Neues und damit eines der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Auslegung in der Untersuchung der Daniel-Texte. Nur ganz so leicht ist es nicht. Denn Gott hat, wie schon gesagt, zu Daniel nicht ausdrücklich gesagt, dass das Standbild vier Schenkel habe. Der Text ist hier sehr zurückhaltend und formuliert ohne Zahlwort lediglich seine Schenkel waren Eisen. Dieser Umstand muss auch in der Auslegung berücksichtigt werden. Es ist interessant zu sehen, dass Gott in Daniel 11 nur zwei der insgesamt vier Diadochenlinien weiterführt, nämlich die der Ptolemäer und der Selochiden. Die beiden dynastischen Linien von Lysimachus und Kassander werden in Daniel ausgelassen. Sie werden zwar durch die Erwähnung der vier Hörner des Ziegenbocks oder der vier Häuptler des Panthers nachvollziehbar umschrieben, aber sie werden nicht in ihrer dynastischen Entwicklung ausdifferenziert. Im Buch Daniel werden Lysimachus und Kassander nirgends weiter erwähnt, schon gar nicht namentlich. Man kann sie in Daniel lediglich aus Kenntnis der profanen Weltgeschichte unter den vier Hörnern des Ziegenbocks oder den vier Häuptern des Panthers, also neben den Ptolemäern und Selochiden, als die beiden anderen Diadochendynastien subsumieren. Daniel 11 befasst sich also ausschließlich mit der dynastischen Abfolge der beiden Häuser der Ptolemäer und insbesondere der Selochiden und zwar bis zu Antiochus Epiphanes, in dem die Liste Selochidischer und eigentlich auch Ptolemäischer Herrscher gipfelt, denn auf ihn allein fokussiert der Text. Die Beschreibung des Antiochus ist auffällig raumgreifend. Sie nimmt 24 der insgesamt 45 Verse des 11. Kapitels ein. Das ist mehr als 50%. Allein hieraus ist bereits die Bedeutung von Antiochus Epiphanes für das Buch Daniel zu erkennen. Der textliche Umfang seiner Beschreibung übertrifft beispielsweise die Alexanders des Großen um ein Vielfaches. Das ist eine an Eindeutigkeit kaum mehr zu überbietende Betonung des Buches auf die Selochiden und insbesondere auf Antiochus. Aber die zweite Hälfte der Passage in Daniel 11 über Antiochus passt ausschließlich auf sein endzeitliches Pendant, den Antichristen. So gesehen schlägt Daniel 11 also eine Brücke, die Antike und Endzeit miteinander verbindet. Zunächst listet Daniel 11 augenscheinlich die antiken Ptolemäer und Selochiden Könige auf. Allerdings gelingt dies Daniel bei näherem Hinschauen nur mäßig. Denn zum einen stoppt er bereits beim achten Selochiden König, obwohl es derer deutlich mehr gab, und zum anderen lässt er bekanntermaßen den zweiten Selochiden König weg. Dennoch sind die Dynastien der Selochiden und Ptolemäer sehr gut in ihnen nachvollziehbar. Was ist das also für eine Aufzählung? Einerseits ist sie so genau, dass sie für bibelkritische Geister unerträglich ist, und auf der anderen Seite ist sie derart fehlerbehaftet und mangelhaft? Diese Aufzählung in Daniel 11 ist ein Text, der nichts anderes vorbereiten soll, als die endzeitliche Aussage, dass der Antichrist ein Neo-Selochide mit griechischer Prägung sein wird. Der Text ist eben kein geschichtswissenschaftlicher Text, sondern ein prophetischer. Zu Beginn des Textes zählt Daniel sozusagen alle seine antiken Vorläufer auf. Aber er listet diese historisch tatsächlich existent gewesenen Herrscher so auf, wie sie in Gottes Prophetie passen und nicht so, wie das laut Geschichtsschreibung der Fall beziehungsweise unserer Meinung nach erfolgen müsste. Daniel 11 schlägt eine Brücke, die Antike und Endzeit miteinander verbindet, denn Daniel nimmt zwar Anlauf in der Antike, endet aber in der letzten Zeit. Daniel 10 Vers 14 Nun aber komme ich, dass ich dich unterrichte, wie es deinem Volk hernach gehen wird, denn das Gesicht wird erst nach etlicher Zeit geschehen. Und Daniel 11 Vers 40 Und am Ende wird sich der Königigen Mittag mit ihm messen und der Königigen Mitternacht wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen. Spätestens ab Daniel 11 Vers 40 handelt es sich also um das Ende. Hier wird beschrieben, dass der Königigen Mitternacht, der König des Nordens, Antiochus, den Königigen Mittag, das ist der König des Südens, besiegt. Daraus folgt zwingend erstens, dass sich die in Daniel 11 beschriebene politische Struktur in der Zeit des Endes wiederholen wird. Zweitens muss ein Herrscher aufkommen, der dem antiken Antiochus sehr ähnlich ist, denn diese Figur wird in Daniel 11 von Vers 36 bis Vers 45 aus dem historischen Antiochus entwickelt. Drittens diesem endzeitlichen Herrscher wird gelingen, was dem historischen Antiochus nicht gelangen. Er wird Ägypten erobern. Hierüber haben wir an anderer Stelle bereits gesprochen. Das wiederum bedeutet, dass für die Endzeit lediglich zwei Könige oder Königreiche wichtig sind. Diese beiden Endzeitherrscher sind Neoptolemäer und Neoseleukiden. Im Standbild werden diese beiden Endzeitherrscher durch die beiden Füße dargestellt, nämlich auf die Schenkel folgen zwei Füße. Während auf der einen Seite die antiken Diadochenkönige Kasander und Lysimachus kein endzeitliches Pendant haben und deshalb in der weitergehenden Prophetie Daniels ausgelassen werden, stehen in der Endzeit nur zwei Könige, ein Neoptolemäer und ein Neoseleukide im Fokus. Diese beiden Endzeitreiche entwickelt Daniel 11 aus ihren historischen Vorbildern, den historischen Ptolemäern und Seleukiden, die wiederum eine Hälfte der Diadochen darstellen. Daniel zeigt also, dass auf Alexander den Großen vier Diadochen folgen, nämlich vier Hörner des Ziegenbocks, vier Köpfe des Panthers, vier Schenkel im Standbild. Aber für die prophetischen Aussagen zur Endzeit verwendet er nur zwei davon, nämlich nur die Ptolemäer und die Seleukiden. Das ist die prophetische Struktur des 11. Kapitels und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum Gott in Daniel 2 Vers 33 nicht seine vier Schenkel waren Eisen schreibt, obwohl es vier Diadochen gab, sondern sich auf die Formulierung seine Schenkel waren Eisen ohne weitere Zahlenangabe beschränkt. Andererseits steht im Text aber auch nicht von zwei Schenkeln, um hiermit unter Umständen darauf hinzuweisen, dass sich Gottes Prophetie in Kapitel 11 auf nur noch zwei der Diadochen die Seleukiden und Ptolemäer beschränkt. Gott lässt die Anzahl der Schenkel unbestimmt, denn historisch waren es vier, prophetisch sind es aber nur zwei. Er legt sich in der Zahl der Schenkel nicht fest, belassen wir es also auch dabei. Die Schenkel sind also historisch gesehen vier, weil vier Diadochen. Prophetisch gesehen sind es zwei Schenkel, denn nur die beiden Dynastien der Seleukiden und der Ptolemäer werden in der fortschreitenden Offenbarung Daniels in Kapitel 11 beschrieben. Der Text selbst, und er allein ist wichtig, lässt beide Deutungen zu, und zwar sowohl in linguistischer, historischer und prophetischer Hinsicht. Daniels Sicht beginnt mit einer unbestimmten Zahl von Schenkeln im Standbild. Im Lauf seines Buches und der fortschreitenden Offenbarung wird deutlich, dass es vier Diadochen gab, also vier Schenkel gemeint sein können. Im elften Kapitel zeigt Daniel, dass Gott in seiner Prophetie nur zwei der vier Diadochen-Dynastien weiterführt. Diese beiden sind in Daniel 11 für die Endzeit vorhergesagt und im Standbild durch die zwei Füße symbolisiert. Nun wird die ganze Sache aber noch komplizierter. Daniel 11 zeigt uns für die Endzeit eine Auseinandersetzung zwischen den Neosiloikiden und den Neoptolemäern, die der Neo-Antiochus für sich entscheiden wird. Wollte man nun diese Aussage auf das Standbild in Daniel 2 übertragen, bliebe von den zwei Füßen schlussendlich nur noch ein Fuß übrig. Aber damit würde das Standbild überstrapaziert. Das Standbild ist lediglich ein grober Rahmen am Beginn des Daniel-Buches, der die Abfolge der Weltreiche umreißt. Es dient lediglich zu einer anfänglichen, grob überschlägigen Orientierung. Je weiter wir aber in Daniel fortschreiten und jetzt mittlerweile auch die Offenbarung des Johannes in unserer Betrachtung einschließen, desto mehr müssen wir das Standbild überinterpretieren, um mit der fortschreitenden Offenbarung Daniels mitzuhalten. Diese Überinterpretation tut der Sache aber nicht gut und führt schließlich zu falschen, weil überzogenen Ergebnissen. Es wird also deutlich, dass die Prophetie in Daniel 11 derart detailliert wird, dass ihnen die groben Vorgaben des Standbildes nicht mehr Genüge leisten können und auch nicht sollen. Dennoch, der Anfang des Endzeit-Antiochus und seines Reiches war zunächst in der Antike, dann verschwand er von der Weltenbühne, um am Ende ganz unerwartet wieder aufzukommen. Weil jetzt langsam verständlicher wird, dass Daniel 11 ein Janus-köpfiges Missing Link zwischen der Antike und der Endzeit wird, ist nun auch die von Johannes in Offenbarung 17 Vers 10 gewählte Formulierung besser verständlich. Dort steht, fünf sind gefallen und einer ist und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der achte und ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Daniels Texte reichten aus der Antike bis weit in die Endzeit. Umgekehrt greift Johannes in seiner endzeitlichen Vision in Offenbarung 17 bis weit zurück in die Antike und legt für seine Sicht das Fundament in und auf Daniel 11. Er stützt und bezieht sich auf die sieben bzw. acht Zellerkidenkönige, die Daniel ihm in seinem Text vorgibt. Johannes bezieht sich also auf die Auflistung von Daniel, wenn er sagt, dass die ersten fünf Könige eben dieser Liste in Daniel 11 bereits Geschichte und für die Johannes-Apokalypse nicht mehr wichtig sind. Sie sind Historie und können schlichtweg ausgeblendet werden. Erst der sechste König aus der Daniel-Auflistung ist für die Sicht des Johannes wieder wichtig. Er ist da. Es wird deutlich, dass die Johannes-Apokalypse genauso janusköpfig ist wie Daniel auch, zumindest hier in Kapitel 17. Denn einerseits berichtet sie von endzeitlichen Dingen, andererseits hat sie ihre Wurzeln aber tief in der Antike, nämlich in Daniel 11. Beide Texte ergänzen sich. Was für ein genialer Bogen. Kapitel 9.32 Der Gräuel der Verwüstung Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Antiochus in Jerusalem einen Gräuel der Verwüstung angerichtet hat und kein Römer. Diesen Gräuel der Verwüstung hat laut Gottes Wort also ein Seleukide angerichtet. Es kann sich daher nicht um eine römische Feldstandarte handeln, die im zweiten Tempel im Jahr 70 nach Christus aufgestellt wurde, wie vielfach, unter anderem auch von dem renommierten Theologen Dr. Liby aus der Schweiz, den ich ansonsten sehr schätze, behauptet wird. Die Beschreibung der Ptolemäer und Seleukiden in Daniel 11 ist janusköpfig. Sie beschreibt sowohl die antike Abfolge der Seleukidenkönige als gleichzeitig auch Ereignisse in der Endzeit, die hier ineinander verwoben sind. Denn es werden Ereignisse beschrieben, die sowohl in der Antike geschehen sind, als auch für die Endzeit vorausgesagt werden. Dies gilt insbesondere für den Gräuel der Verwüstung. Er wird in folgenden Bibelstellen erwähnt. Daniel 8, Vers 11 Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Daniel 8, Vers 13 Ich hörte aber einen heiligen Reden und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange soll doch wehren solch Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer zertreten werden. Und in Daniel 9, Vers 27 Er wird aber viel in den Bund stärken eine Woche lang und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Daniel 11, Vers 31 Und es werden seine Heere da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Und Daniel 12, Vers 11 Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, sind 1290 Tage. Der Gräuel der Verwüstung besteht laut Daniel 8, Vers 13 im Zertreten des Heiligtums und des Heeres, mithin also in der Zerstörung des Tempels und der Tötung der jüdischen Menschen. Dabei sind die genannten Bibelstellen in Daniel 8, 9 und 12 in die Zukunft zu verlegen, während Daniel 11 bereits Vergangenes beschreibt, denn diese Verwüstung wurde nachweislich durch den historischen Antiochus den 4. Epiphanes in Jerusalem aufgerichtet. In der Synopse dieser vier Stellen wird deutlich, welch enge Verbindung der Gräuel der Verwüstung zu Antiochus Epiphanes besitzt. Die beiden Verse 11 und 13 in Daniel 8 sind in die Endzeit zu verlegen, weil der Engel Gabriel dies Daniel in Kapitel 8, Vers 17 selbst sagt. Er aber sprach zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht gehört in die Zeit des Endes. Daniel 9, Vers 27 gehört ebenfalls in die Endzeit, denn hier ist die Rede von der 70. Jahrwoche, die aber erst mit der Wiedergeburt Jerusalems beginnt. Er wird aber vielen den Bund stärken, eine Woche lang und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Auch Daniel 12, Vers 7 und 12, Vers 11 gehören in die Zeit des Endes, denn dieser Gräuel der Verwüstung steht bereits mit den dreieinhalb Jahren der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche in Verbindung. Und ich hörte zu dem in leineren Kleidern, der über den Wassern des Flusses stand, und erhob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwur bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Das wird auch in Daniel 12, Vers 11 noch einmal deutlich, denn dieser Vers handelt von 1290 Tagen, die ebenfalls nur in die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche passen, denn die erste Hälfte ist stets und ausnahmslos 1260 Tage lang. Daniel 12, Vers 11 Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, sind 1290 Tage. Die einzige Ausnahme hingegen bildet Daniel 11, Vers 31, denn aus dem Textzusammenhang von Kapitel 11 geht eindeutig hervor, dass diese Begebenheit dem historischen Antiochus zuzuordnen ist. Es wird also folgendes deutlich. Der Gräuel der Verwüstung wurde zunächst von dem historischen Antiochus Epiphanes angerichtet, und zwar in Jerusalem auf seiner Rückkehr von seinem missglückten Feldzug nach Ägypten. Dieser historische Gräuel der Verwüstung wird sich in der Endzeit wiederholen, und zwar ebenfalls in Jerusalem. Denn Jesus verweist und erinnert für die Endzeit massiv an Daniels Vorhersagen, wenn er in Matthäus 24, Vers 15 folgendes sagt, Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf, als dann fliehe er auf die Berge, wer im jüdischen Land ist. Jesus verweist hier also sehr eindringlich auf die Aussagen des Propheten Daniel zum Gräuel der Verwüstung. Aber welche der Bibelstellen in Daniel meinte er? Eigentlich konnte er allein diejenigen Bibelstellen meinen, die von der Endzeit sprechen. Denn die Prophetie, die Daniel von Antiochus in Kapitel 11 im 5. Jahrhundert vor Christus aufschrieb, wurde bereits im 2. Jahrhundert vor Christus durch eben diesen Antiochus erfüllt. Sie kann Jesus also nicht gemeint haben. Weil aber die einzige Person, die in der ganzen Bibel mit dem Gräuel der Verwüstung in Verbindung gebracht wird, ein Seleukide war, nämlich jener antike Antiochus, kann Jesus in Matthäus 24 nicht die Römer gemeint haben. Er kann nur die oder besser den Seleukiden gemeint haben, nämlich Antiochus. Vor diesem Hintergrund muss die komplette Endzeitrede Jesu neu durchdacht und verstanden werden. Sicherlich gibt es Elemente, die auch zur Zeit 70 nach Christus bei der Zerstörung Jerusalems in Erfüllung gingen. Aber die endgültige und eigentliche Zeit, die Jesus mit seinen Endzeitreden beschreibt, ist die 70. Jahrwoche, die aber auch heute noch in der Zukunft liegt. Durch diese Sichtweise wird nunmehr deutlich, dass Jesus vorhersagt, dass ein neuer, endzeitlicher Antiochus Epiphanes kommen wird. Denn wenn Jesus so hartnäckig auf Daniel verweist und Daniel tatsächlich das einzige Buch in der ganzen Bibel ist, das von einem solchen Gräuel der Verwüstung spricht, und wenn Daniel diesen Gräuel der Verwüstung ausschließlich mit Antiochus Epiphanes in Verbindung bringt, dann kann Jesus mit seinen Worten ausschließlich meinen, dass ein neuer Seleukidenkönig am Ende der Zeit aufkommt. Vergessen wir nicht, die Prophetie über die Seleukiden und insbesondere über Antiochus stammt von Christus selbst, dem Menschensohn. Auch zu Lebzeiten Jesu, also zu dem Zeitpunkt als Christus im Fleisch war, kannte Jesus das Buch Daniel sicherlich außerordentlich gut, denn es war sein Wort an Daniel im 5. Jahrhundert vor Christus. Vor diesem Hintergrund müssen die Endzeitreden Jesu vollkommen neu gedeutet und gewertet werden. Kapitel 9.33 Die jüdische Sicht des Buches Daniel Abschließend soll Daniel 11 noch einmal aus rein jüdischer Sicht betrachtet werden. Theoretisch war für die Juden des vierten, dritten und zweiten Jahrhunderts vor Christus, wenn sie das Buch des Propheten Daniel kannten, durchaus möglich, Alexander den Großen als den griechischen König, den Ziegenbock aus der Daniel-Prophetie zu identifizieren, weil nur er Medo-Persien besiegt hat. Diese Meinung wird durch Flavius Josefus durchaus bestätigt. Als man ihm, das ist Alexander der Große, nun das Buch Daniel zeigte, in welchem vorausgesagt war, ein Grieche werde der Perserreich zerstören, hielt er sich selbst für diesen Griechen. Quelle Josefus Slavius, jüdischer Altertümer, 11. Buch, Kapitel 8, Absatz 5. Diese Begebenheit soll sich laut Josefus um das Jahr 332 v. Chr. ereignet haben. Angeblich hat Alexander den Juden große Gunst erwiesen, was man darauf zurückführte, dass Alexander annahm, Daniel habe prophetisch über ihn geschrieben, was ja auch so ist. Selbst wenn sich das historisch so nicht zugetragen haben sollte, war es allein anhand der Daniel-Prophetie und der geschichtlichen Ereignisse für bibelkundige Juden grundsätzlich dennoch möglich, den griechischen König, der die Perser besiegte, auf Alexander den Großen zu deuten. Auch die vier Nachfolgekönige Alexanders, die vier Diadochen, konnten bibelkundige Juden aus dem Daniel-Text durchaus erkennen. Denn es gab keine andere politische Struktur, die dieser geähnelt hätte. Denn Alexander hatte nachweislich neben den Diadochen keine weiteren Nachfolger. Damit mussten die Juden aus ihrer damaligen zeitlichen Perspektive der Auffassung gewesen sein, dass das Standbild nicht zwei Beine, sondern zwei oder besser vier Schenkel hat. Denn sie hatten keine andere Möglichkeit, als die Aussagen Daniels, mit ihrer damaligen Geschichte abzugleichen. Wenn aber die Juden des vierten und dritten Jahrhunderts vor Christus Alexander den Großen und die Diadochen in der ihnen gegenwärtigen politischen Welt vor dem Hintergrund der Aussagen des Buches Daniels identifizieren konnten, dann konnten die Daniel-kundigen Juden des zweiten Jahrhunderts vor Christus auch den König des Südens als Ptolemäus den Ersten und den König des Nordens als Seleukus den Ersten deuten. Denn sie beide waren Fürsten dieses den Juden bekannten Königs aus Griechenland, herrschten im Süden bzw. im Norden von Israel und folgen in Daniel 11 Vers 5 übergangslos dem Vers 4, in dem die Diadochen angedeutet sind. Wenn sie aber den König des Nordens als Seleukus den Ersten erkennen konnten, dann konnten die Juden des zweiten Jahrhunderts vor Christus, die ihnen sicherlich bestens bekannten historischen Abläufe, unmittelbar mit Daniel 11 abgleichen und so auch Antiochus Epiphanes als den König des Nordens in Daniel 11 Vers 21 identifizieren. Die Menschen und insbesondere die Juden der damaligen Zeit waren nicht dumm. Wenn sie sich so eingehend mit den Prophetien Daniels beschäftigt haben, wie das allgemein angenommen wird, war ihnen damals schon die gleiche historische Deutung von Daniel 11 auf die Ptolemäer und Seleukiden möglich, die wir heute auch für diesen Text kennen. Was für sie zu ihrer Zeit allerdings nicht verständlich war, war der Umstand, dass die zweite Hälfte von Daniel 11 bei oberflächlicher Betrachtung zu sagen scheint, dass Antiochus Epiphanes bei der Belagerung Jerusalems ums Leben kommen würde. In Daniel 11 Vers 45 steht, und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den Werten heiligen Berg, das ist der Berg Zion, bis es mit ihm ein Ende werde, und niemand wird ihm helfen. Sehr wahrscheinlich hat dieser Vers bei den Juden für einige Verwirrung gesorgt, denn sie mussten der Auffassung sein, dass Antiochus bei der damaligen Belagerung und Eroberung Jerusalems sterben würde. Wir wissen heute, dass diese Verse nicht mehr von dem Historischen, Antiochus, sondern von einem endzeitlich zu erwartenden Pendant des historischen Antiochus, nämlich dem Antichristen, sprechen, weil zwischen Vers 35 und Vers 36 ein zeitlicher Sprung in die Endzeit liegt. Diese Kenntnis war den Juden zur damaligen Zeit aber noch nicht möglich, weil sie wichtige Verse des Neuen Testaments noch nicht besaßen, die lange zeitliche Perspektive des historischen Rückblicks unserer Tage nicht hatten und nicht wiedergeboren waren. Die Aussage vieler Ausleger, dass die Auslegung des Buches Daniel auf das römische Reich unter anderem von den Juden und der Urgemeinde immer schon so gesehen worden sei, ist meines Erachtens aus den vorgenannten Gründen nicht wirklich belastbar. Ein weiteres Argument für die Romtheorie verschwindet. Kapitel 9.34 Wo sind die römischen Cäsaren? Unterstellt man trotz der oben geführten Argumentation dennoch, Daniel hätte mit seiner Prophetie das römische Reich gemeint, warum werden dann in Kapitel 11 nicht römische Cäsaren aufgelistet? Warum zeigt der Menschensohn Daniel in ganzen drei der insgesamt zwölf Kapitel des Daniel-Buches die Dynastien der Ptolemäer und insbesondere die der Seleukiden gleichsam als Höhepunkt danielischer Prophetie und beendet das Buch Daniel damit? Diese und weitere Fragen müssten die Vertreter der Romtheorie beantworten, bevor ihre Auslegung glaubwürdig wäre. Alle Vertreter der Romtheorie, die ich bisher hierzu befragt habe, sind dieser Antwort schuldig geblieben. Wenn die Bibel ausgelegt wird, müssen sich die Ausleger eng an den Text der Schrift halten. Was die Schrift sagt, muss deutlich gepredigt werden. Das, was sie nicht sagt, soll auch nicht in sie hinein interpretiert werden. Wenn unser Bekenntnis ist, dass wir allem glauben, was die Schrift sagt, ist dies der Grundsatz für jegliche Auslegung der Bibel und er bleibt es. Die komplette Vision in Daniel 10, 11 und 12 stammt ja nicht von einem Engel, sondern vom Menschensohn, mithin von Christus höchstpersönlich. Wir sollten ihr tunlichst Gehör schenken. Kapitel 9.35 Eisen, Erz und Ton Abschließend möchte ich noch auf einen interessanten Umstand hinweisen, denn in Daniel 2, Vers 34 und 35 steht folgendes geschrieben. Solches sahst du, bis das ein Stein herabgerissen ward ohne Hände, der schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Als Daniel das Bild auslegt, verkehrt er die Reihenfolge der Materialien. In Daniel 2, Vers 45 steht, wie du denn gesehen hast einen Stein, ohne Hände vom Berge herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Aus dem Standbild sollte man eigentlich erwarten, dass die richtige Reihenfolge Ton, Eisen, Erz wäre. Aber in Vers 35 spricht Daniel von Eisen, Ton, Erz und in Vers 45 spricht er von Eisen, Erz, Ton. Das liegt daran, dass alle drei Materialien auf das Reich Alexanders des Großen verweisen. Im Standbild war sein Reich aus Erz, der Bauch. Die vier Diadochen, die Schenkel waren aus Eisen, und in der Endzeit werden die Neodiadochen, die beiden Füße, aus Eisen mit Ton gemengt bestehen. Aber alle drei Reiche gehören zu Alexander dem Großen, beziehungsweise verweisen auf ihn. Sie sind insoweit eins, und deshalb spielt die Reihenfolge der Materialien keine Rolle, und Daniel verwendet sie in beliebiger Reihenfolge. Damit sind wir am vorläufigen Ende der Auslegung Daniels angelangt. Die Konsequenzen aus dieser Sicht sind weitreichend und erstrecken sich bis ins Neue Testament und insbesondere auch bis in die Offenbarung hinein, denn auch hier müssen bisher liebgewonnene Sichtweisen und insbesondere die Deutung der Endzeit auf das Römische Reich korrigiert werden, was zu interessanten und aufschlussreichen Erkenntnissen führt. Durch sie wird einmal mehr die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes bis in kleinste Details bewiesen. Aus der jetzt erarbeiteten Perspektive ergeben sich, wie oben kurz beschrieben, weitreichende Konsequenzen für die Auslegung weiterer eschatologischer Bibeltexte. Das Ergebnis eröffnet ganz ungeahnte Möglichkeiten einer alternativen Auslegung und wird in den nachfolgenden Kapiteln auf diverse Texte angewendet und weiter vertieft. Die westliche Christenheit hat sich weit von der Bibel und ihren christlichen Wurzeln entfernt. Sie kann sich kaum mehr vorstellen, dass Gott noch einmal so nachhaltig in die Weltgeschichte eingreifen wird, wie dies im Buch Daniel beschrieben ist und ich muss zugeben, dass es auch für mich geradezu unglaublich klingt. Aber die starken Beweise innerhalb Daniels und der Bibel insgesamt führen mich schlussendlich zu der festen Überzeugung, dass die Romtheorie nicht mehr erhaltbar ist. Diese hier vorgestellte Alternative belegt meines Erachtens aber sehr deutlich und nachhaltig die Genauigkeit und Inspiration der Schrift. Und das ist ja auch ein schönes Ergebnis bei der Beschäftigung mit Prophetie. Der christliche Glaube beruht nicht auf Gefühl, sondern er beruht auf den Tatsachen der Heiligen Schrift. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Wenn, wie hier dargelegt, alle Prophetien von Daniel so wunderbar zusammenpassen, dann ist das Wort aller Annahme wert, wie Paulus an anderer Stelle schreibt. Dann ist aber auch der Glaube an Jesus Christus eine durch die Schrift begründete Hoffnung, die im Glauben anzunehmen möglich ist. Dieser Glaube an Jesus Christus ist es, der allein zum Heil führt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!